Wieder bei Umi. Heute gibt es Erbsensuppe mit... Köstlich. Was? Das ist ja so Klebezeug. Was meinst du Klebezeug? Was du da gestern gehabt hast. Was meinst du denn, was ich gestern gehabt habe? Ach, die Süßigkeiten, die ich hier stehen gelassen habe. Ne, ich habe da eins schon, habe ich gleich wieder ausgespuckt, muss ich ehrlich gestehen. Ausgespuckt? Ja, und das war ja so eklig, kleberig, das ist ja ein Blombenzieher, ein echter Blombenzieher. Ja, das sind halt Süßigkeiten. Und Opa, ne, und Opa hat eins gehabt, da sind noch zwei, wenn du die probierst, die ziehen die Zähne raus. Überall habe ich das, ich habe das nicht losgekriegt. Das klebt ja. Oh Gott, mein armer Bauch, was ist mein armer Mauch? Ach, was muss da passieren im Körper? Furchtbar. Hm, der hat viel abgeschmatzt. So, Abfahrt. Woop, woop, woop. Woop, 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 woop. Woop, woop. Woop, woop. Vielen Dank.